Mein Mann Mein Mann, der Dichter Ich habe Goran auf einem Poesie-Festival kennengelernt. Sein Haar wurde schon damals langsam grau, jetzt ist es fast weiß. Er hofft, glaube ich, dass das zu seinem neuen Sex-Appeal-Beiträg, wie er mal gesagt hat. Und angeblich hat er nur Spaß gemacht, aber er denkt wohl wirklich, dass er damit recht hat. Eigentlich wollte ich ihn fragen, ob auch sein schütteres Haar und sein wechserner Skalp zu seinem neuen Sex-Appeal beitragen, aber er hielt mich zurück. Er duldet keine Kritik. Er wird immer sofort sauer und wenn er sauer ist, wird er verletzend und bleibt es dann tagelang, bis man etwas Unterwürfiges tut, damit er aufhört, unausstehlich zu sein. Wie zum Beispiel, zufällig einen seiner Verse zu zitieren. Neulich war er sehr wütend auf mich, weil ich die Gedichte, die er in der Nacht zuvor geschrieben hatte, nicht lesen wollte. Ich habe keine Zeit, morgen dann, sagte ich. Du hast keine Zeit für drei Gedichte? Ich spürte den Zorn in seiner Stimme und bereute sogleich, dass ich ihn zurückgewiesen hatte. Aber da war es schon zu spät. Was immer ich gesagt hätte, es wäre falsch gewesen. Also schwieg ich nur. Na los, dann geh schon und büffel herum, sagte er und knallte die Tür zu. Büffeln, das sagte er immer, wenn ich den Unterricht für den nächsten Tag vorbereite. Wenn ich wirklich etwas von Geschichte verstehen würde, bräuchte ich nämlich gar nicht vorzubereiten. Was man weiß, das weiß man, hat er mal zu mir gesagt und mich dabei frech angesehen. Aber seine Gedichte will ich wirklich nicht lesen und noch weniger will ich sie hören. Das ist auch so eine Tortur, der er mich manchmal aussetzt. Als wir noch verliebt waren und keine Kinder hatten, schliefen wir miteinander und danach flüsterte er mir seine Ferse ins Ohr, während wir außer Atem und verschwitzt dalagen. Die Ferse handelten immer von Blumen, von Orchideen, weil sie ihn an Mösen erinnerten, von südlichen Winden und von Meeren. Er erwähnte auch exotische Gewürze wie Zimt und Stoffe wie Samt. Irgendetwas in der Art, dass ich nach Zimt schmecke und meine Haut wie Samt ist zum Beispiel und dass mein Haar nach mehr duftet, was gar nicht stimmt. Das weiß ich, weil meine Mutter mal gesagt hat, dass mein Haar stinkt. Nichtsdestotrotz haben mich seine Worte in diesen Augenblicken immer furchtbar erregt. Ich entflammte dann von Neuem und wollte sofort wieder mit ihm schlafen. Obwohl er oft nicht gleich wieder konnte und ich mir die Bilder und Worte, die er mir zugeflüstert hatte, immer wieder in Erinnerung rufen musste, um erregt zu bleiben. Jetzt macht er das nicht mehr, Gott sei Dank. Inzwischen graut es mir so vor seinen Gedichten, dass ich kein einziges mehr lesen will und schon gar nicht will ich ihm beim Rezitieren zuhören. Letzteres lässt sich aber leider nicht vermeiden, denn wie gesagt regt sich Goran immer sehr auf und ich kann weder mich noch unsere Kinder diesem Konflikt aussetzen. Als wir nicht mehr so oft miteinander schliefen, fing er an, mir die Gedichte laut vorzutragen, anstatt sie mir zum Lesen zu geben. Wenn ich ihn dann so mitten im Wohnzimmer stehen sah, im scharfen Licht der Deckenlampe, das seine knollige Nase und seinen ungesunden Teint betonte, begriff ich langsam, dass seine Gedichte nicht besonders gut sind. Oft beziehen sie sich auf nichts anderes als darauf, wie er Gedichte schreibt. Ich glaube, das erregt ihn, sogar sexuell. Hier ein Beispiel. Vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ich kann nur dieses auswendig. Die Verse, so bilden die Worte dich, du mein Gedicht, rezitiere ich manchmal zufällig, damit er nicht mehr wütend ist. Eigentlich singe ich sie dann leise vor mich hin, das schmeichelt ihm besonders. Er hat sich schon immer gewünscht, dass jemand seine Verse in eine Melodie gießt. Er begreift nicht, dass das unmöglich ist. In seinen Gedichten gibt es keinen Rhythmus und oft gibt es auch keinen Sinn. Es sind alles nur hohle Phrasen, in irgendwelchen Verszeilen zusammengeworfen, damit der Laie denkt, es sei, wer weiß was, wenn er ein Wort wie Zimt oder Samt liest. So wie ich, als ich jung und dumm war und auf solche Tricks noch reingefallen bin. Gott, was war ich doch dumm, es ist nicht zu glauben. Ich kann mir das einfach nicht verzeihen. Aber ich wollte ja erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Dass es auf einem Poesie-Festival war, habe ich schon gesagt. Ich war dort als Übersetzerin, denn bevor ich anfing, Geschichte zu unterrichten, übersetzte ich manchmal, um etwas Geld zu verdienen. Eines Abends kamen wir im Salon des großen Hotels zusammen, in dem all die Dichter und Übersetzer untergebracht waren und sangen Lieder. Heute weiß ich, dass sich all diese kleinen Dichter wichtig taten, dass sie nicht nur Gedichte schreiben können, nicht nur sensible Seelen sind, sondern auch musikalisch, mit einem Verständnis für traditionelle Musik und singen können sie obendrein. Damals also ließ sich auch unser Goran blicken. Im Stil des Abends trug er ein weißes, mit traditionellen Motiven besticktes Hemd. Ich muss zugeben, dass es ihm ziemlich gut stand. Goran war wirklich attraktiv. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich mich vor allem deshalb in ihn verliebt. Er hatte eine Brust wie eine gut ausmodellierte Skulptur. Und dann diese Schultern und diese Arme, stark und behaart. Dass du gar nicht mehr wolltest, dass er dich loslässt. Und dass du nur noch wolltest, dass er dich immer festhält und irgendwo hinträgt. Jedenfalls, Goran saß nicht da wie all die anderen. Er hielt sich abseits, an die Wand gelehnt, mit schiefgelegtem Kopf beobachtend. Er wartete einen Moment ab, in dem alle still geworden waren, richtete sich plötzlich auf und begann ein Volkslied zu singen. Ich bin mir sicher, dass es ein Falk getrinkt war, denn inzwischen weiß ich, dass er gar kein anderes kann. So theatralisch schrie er da mit geschlossenen Augen und zurückgeworfenem Kopf, so heftig hüpfte sein Adamsapfel auf und ab, dass er mich an einen krähenden Hahn erinnerte. Ich fand ihn lächerlich, aber zugleich sah ich seine Arme und seine Brust und stellte mir andauernd vor, wie er mich packte. Als er mit dem Krähen fertig war, bekam er Applaus und sah mich an. Seine Augen tränten ein bisschen, wahrscheinlich von der Anstrengung. Mir kam es damals vor, als seien sie voller Traurigkeit. Ich hatte gleich das Bedürfnis, ihn zu trösten. Das tat ich dann nachts in seinem Zimmer. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Er geht immer noch auf Poesie-Festivals. Er geht, sobald es ihm seine Arbeit erlaubt, die er nebenbei erwähnt auch schlecht macht. Ich kann mir vorstellen, was er auf diesen Poesie-Festivals tut. Erst einmal schleppt er einen Koffer voll mit seinen dünnen, in billiges Plastik gebundenen Gedichtheftchen an. Die meisten davon hat er ins Englische oder in ein paar Balkansprachen übersetzen lassen, damit die Ausländer sein Gefasel besser verstehen können. Ich spreche keine Sprache, die ihn interessiert, weshalb er mich wundersamerweise bisher nicht aufgefordert hat, für ihn zu übersetzen. Außerdem denkt er, dass ich mit Lyrik nicht anfangen kann, dass ich sie nicht verstehe, weil ich in letzter Zeit offensichtlich kein großes Interesse zeige an dem, was er macht. Die Übersetzungen seiner Gedichte sind schrecklich. Nicht was den Inhalt angeht, der ist sowieso bedeutungslos. Sie sind auch voller Grammatikfehler. Darin ist sein Geiz schuld. Er will, dass seine Gedichte übersetzt werden, aber er will nicht dafür bezahlen. Also findet er immer ein paar arme junge Mädchen, die er vermutlich mit seinem reifen Sex-Appein verführt, und die übersetzen dann kostenlos oder gegen ein miserables Honorar für ihn. Ein paar Mal habe ich mit angehört, wie er mit ihnen feilscht. Als Belohnung vergibt er zehn Exemplare seines Buchs. Dafür schäme ich mich wirklich, aber was soll ich machen? Wenn er von einem Poesie-Festival zurückkommt, zeigt er mir die Fotos, die mit seiner Digitalkamera geschossen wurden. Oft gibt er sie an jemand anderen weiter, damit der dann Bilder von ihm macht. Es gibt also lauter Fotos, auf denen er an einem Pult mit Mikrofon stehend und Gedichte rezitiert. Eines seiner hässlichen Heftchen in den Fingern. Er hat immer den gleichen Gesichtsausdruck auf diesen Fotos. Ach, dein dichter Gesicht, wie ich dann sage. Weil ihm das, warum auch immer, schmeichelt. Beide braun, leicht gehoben. Die eine etwas höher als die andere, als wäre er nachdenklich, aber auch zärtlich gestimmt. Er streckt die Brust raus, seine Haare sind immer frisch gewaschen, und nicht selten wehen sie in der Frühlingsbrise der Küstenstädtchen, deren Festivals er besonders gern besucht. Auf den anderen Fotos sind oft Frauen, oder besser gesagt sehr selten Männer. Vor den Festivalhotessen, jungen Mädchen, habe ich keine Angst. Ich glaube nicht, dass er ihnen gefällt. Für sie ist er zu alt und zu lächerlich. Inzwischen glaube ich, dass er eine andere Kategorie verführt. Das sind diese Damen, ein bisschen kräftiger, mit Falten an den Hüften und unter den Achseln, wo ihnen der Büstenhalter in den Speck schneidet. Sie tragen enge Blusen, ihr Haar ist meist schwarz, der Lippenstift rot. Oft haben sie einen dramatischen Hut auf dem Kopf. Großer, funkelnder Modeschmuck ziert ihre fleischigen Finger und Hälse. Sie wollen mit gereifter Weiblichkeit glänzen, mit einer geheimnisvollen Aura. Sie wollen nachts Zimt duften und dass ihre Stimme weich ist wie Samt. Seien Sie ruhig. Vielleicht kann Goran Ihnen dabei helfen. Mir ist das egal. Aber manchmal in der Nacht schmiegt er sich an mich und flüstert mir zu. Orchidee, öffne dich. Und dann öffne ich mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017